Ja, schaut mal, vor mir fliegen die ganze Zeit hier Fledermäuse entlang. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ist sehr interessant. Es sind mehrere Fledermäuse, die kommen zeitweise, kleine und große, kommen zeitweise bis ca. 50 cm an mich ran. Also ist wirklich sehr beeindruckend. Hier fliegt sie wieder. Also es sind mehrere, es ist nicht nur eine. Und ja, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Und die fangen sich jetzt gerade hier ihre Mücken und was hier nachts halt so alles rumfliegt.